Andreas Lenz für die CSU-CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja interessant, über was man alles sprechen kann, wenn es eigentlich um das ERP-Wirtschaftsplangesetz 2018 geht. Und, liebe Kollegen, nur weil man nicht dabei war bei gewissen Entscheidungen hier im Parlament und im Regierungshandeln, ist es nicht auch ausschlaggebend dafür, dass es nicht stattgefunden hat. Und das fiel mir bei einigen Wortbeiträgen auch auf. Die Ursprünge des ERP-Sondervermögens liegen mittlerweile genau 70 Jahre zurück. Das muss man jetzt nicht jedes Jahr wiederholen. Trotzdem ist es so, dass am 3. April der Marshallplan vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet wurde, 3. April 1948, also genau vor 70 Jahren. Und ich glaube, an so einem Ereignis, an 70 Jahren, an einem Jubiläum, kann man schon auch mal sagen, dass wir dankbar sein dürfen, dass der Marshallplan damals initiiert wurde und dass das deutsche Wirtschaftswunder auch maßgeblich aufgrund dessen überhaupt möglich war. Es ist ein Beitrag, wie gesagt, für das deutsche Wirtschaftswunder gewesen. Und wir haben auch schon gehört, dass es deswegen jetzt auch wichtig ist, dass wir das transatlantische Austauschprogramm, das ja auch mit ERP-Mitteln initiiert wird und auch finanziert wird, gerade jetzt auch weiter betreiben. Für das Wirtschaftsplangesetz 2018 werden Mittel in Höhe von rund 790 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Mittel ermöglichen wiederum ein Fördervolumen von insgesamt 6,75 Milliarden Euro. Und die Schwerpunkte wurden schon genannt. Die liegen zum einen in der regionalen Wirtschaftsförderung nach wie vor, aber auch in der Wachstumsfinanzierung, in den Existenzgründungen, in der Förderung von Innovationen und auch in der Exportfinanzierung. Da geht es übrigens um Entwicklungshilfe in erster Linie, gerade auch mit einem Schwerpunkt auf Afrika. Es ist zwar immer noch so, dass gerade die Existenzgründer und der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmen in ihrer Finanzierungsstruktur oftmals gegenüber Großunternehmen benachteiligt sind. Trotzdem konnte in der Vergangenheit aufgrund des Niedrigzinsumfeldes das Förderpotenzial, wir haben es ja gehört, nicht immer gänzlich ausgeschöpft werden. Und gleichzeitig besteht hoher Bedarf an Wagnisfinanzierungen, beispielsweise in der frühen Steed-Phase und in der Gründungsphase generell. Und ebenso im Bereich der Wachstumsfinanzierungsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen. Beide Punkte wurden bereits in den letzten vier Jahren deutlich adressiert. Mit der Gründung der KfW-Beteiligungstochter werden die Bereiche Wagnis und Beteiligungskapitalfinanzierung nun weiter ausgebaut. Dabei werden die erfolgreichen Instrumente des Hightech-Gründerfonds, des ERP Venture Capital for Investments und von Kuparion gestärkt. Diese Instrumente unterstützen gerade die jungen Hightech-Unternehmen. Ziel ist es, das Zusagevolumen dieser drei Säulen bis zum Jahr 2020 auf 200 Millionen Euro jährlich zu verdoppeln. Wir achten bei der neuen Beteiligungsgesellschaft natürlich auf die Informations- und Kontrollrechte des Parlaments. Das Gebot des Substanzerhalts des Sondervermögens steht dabei an erster Stelle. Und wir wissen auch, dass der Staat natürlich nicht der bessere Investor ist. Der Europäische Investitionsfonds kann hier durchaus Vorbild sein. Dieser erzieht mittlerweile übrigens sogar ganz ordentliche Renditen. An die 90 Prozent von Venture Capital Finanzierungen werden nie Gewinne machen, andere hingegen sehr hohe. Das müssen wir aushalten und eben auch sozusagen von vornherein einpreisen. Öffentliche Mittel können die Angebotslücke allerdings nur teilweise schließen. Wir haben es gehört. Bedeutsamer ist die Hebelwirkung zur Mobilisierung von privaten Investitionen. Die Verfügbarkeit von Wagniskapital ist im Verhältnis zur Größe der Volkswirtschaft in Deutschland in der Tat eher gering. Der Anteil des investierten Wagniskapitals am Bruttoinlandsprodukt liegt etwa in den USA bei 0,33 Prozent. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei uns im Gegensatz bei 0,03 Prozent. Auch in einigen europäischen Ländern ist dieser Anteil höher. Fest steht also, die Gründer und jungen aufstrebenden Unternehmen steht in Deutschland häufig zu wenig Wagniskapital zur Verfügung. Antworten geben wir übrigens im Koalitionsvertrag. Wir bekennen uns hier ausdrücklich dazu, die Investitionsbereitschaft in Wachstumsunternehmen zu erhöhen. Ideen aus Deutschland müssen auch mit heimischem Kapital finanziert werden. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir mehr institutionelle Anleger, aber vor allem mehr privates Kapital für Investitionen in Start-ups akquirieren. Es ist eben schon entscheidend, woher das Kapital kommt. Entschuldigung, Herr Doktor, jetzt könnten Sie mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Redner schenken. Es ist zwar spannend, dass Sie viele Reden halten, aber er hat verdient, dass Sie ihm zuhören. Sonst können Sie ihm ja nicht qualifiziert antworten. Herr Lenz, Sie sind dran. Es ist wie gesagt schon entscheidend, woher das Kapital kommt, weil natürlich auch die Eigentumsverhältnisse dementsprechend gestaltet sind. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Ein Studienkollege, ein Studienfreund von mir, der hat vor circa acht Jahren ein Unternehmen gegründet. Er wurde gefördert von Exist und dann auch vom Hightech-Gründerfonds. Er wurde dann ins Silicon Valley, auch durch den German Silicon Valley Accelerator eingeladen. Er lernte dort seine Venture-Capitalgeber kennen. Das ist natürlich besser, als wenn er gar keine Kapitalgeber findet. Aber lieber wäre es mir natürlich schon, wenn er eben auch dementsprechend heimische Kapitalgeber gefunden hätte, weil dadurch natürlich auch immer die Gefahr droht, dass die potenziellen Global Player von morgen dann auch abwandern und in andere Gebiete eben auch ihre Tätigkeit aufnehmen. Der Wohlstand von morgen, das sind die Unternehmensgründungen von heute. Deshalb müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass Gründungen von der Idee bis zum Börsengang, bis zum Global Player auf ein bestmögliches Umfeld treffen. Einen weiteren Schritt hierzu gehen wir mit den neuen Möglichkeiten durch das EAP-Sondervermögen. Die bewährten Instrumente erhalten wir gleichzeitig. Ich bitte deshalb um Zustimmung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Lenz. Letzter Redner in der Debatte, den ich jetzt aufrufe.